Hallo, schön, dass du heute hier im Büttestudio bist. Hallo, freut mich hier zu sein. Heute probieren wir uns aus, unsere neue Diodengläser. Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich, dass wir heute das neue Diodengläser ausprobieren können. Sommer kommt, glatte Haut, was hältst du von dauerhaft der Haarentfernung? Mir ist Schönheit sehr wichtig. Ich kann es nicht sehen, wenn Leute mit behaarten Beinen oder unter den Achseln behaart durch die Gegend laufen. Dauerhaarentfernung, man erspart sich sehr viel Zeit, man muss nicht ständig rasieren oder Wechselstudios. Es ist einfach praktisch und ich finde es für mich persönlich eine der besten Methoden, die es gibt. Mit der Meinung steht du natürlich nicht allein da. Das ist ein großes Problem für Frauen heutzutage. Na, dann schauen wir uns mal, wie der Diodengläser funktioniert. Wirst du gespannt? Ja, sehr. Und Sie gönnen sich was Schönes, gönnen sich was Dauerhaftes. Hier bei den Diodengläser. Und Sie gönnen sich was Schönes, gönnen sich was Dauerhaftes.